Ich glaube, er hat schon angefangen zu unterrichten. Sag ich, du machst was für einen Traum? Nein. Das macht gut. Tschüss, tschüss, der Kollege. Ich glaube, dass wenn wir uns ein mittleres holen und noch eine mittlere, dass der bestimmt Fahrkost nimmt. Also müssen wir uns noch was holen. Ja, wir sagen an. Ja, zum Beispiel ein Getränk. Nein, nein, wir machen es so. Wir machen es so, du fragst. Du fragst, ab wie viel bringen sie denn? Ich schaff's dir auch. Ab wie viel? Das musst du natürlich nachher fragen. Ob das kostenlos ist, ne? Aber ich geh raus, weil es mir einfach zu, ne? Kostenlos, Frage-Technik. Und wenn nicht? Bis zum nächsten Mal. So runter. Wie viel Energie?